Herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute im Shuken Garden von Hiroshima. Ich glaube die Geräusche von den schmatzenden Karpfen stören jetzt ein bisschen, es hört gleich auf. Shuken Garden, eine der Attraktionen in Hiroshima, im Krieg durch den Atombombenabwurf zerstört, danach wieder mühselig aufgebaut und wirklich ein traumhafter Garten mit ganz ganz vielen Kiefern, hat eine uralte Geschichte, die habe ich aber glaube letztes Jahr in dem Blog schon mal vorgestellt. Und da wir immer gerne auch die Location ein bisschen wechseln, wo wir unsere Sache machen. Heute eine Frage von Ingmar, Ingmar wollte etwas zum Thema Karbonatherte wissen. Mein Teich 50 Kubik hat laut dem neuen JBL Test einen KH-Wert von 1,5 pH 6,4. Den Koi geht es prima, das Wasser hat 20,4 Grad. Soll ich das Wasser mit Natriumhydrogenkarbonat erhöhen oder so lassen? Ich wechsele täglich Wasser mit Trinkwasser in der Woche ca. 10%. So, und wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch bei Ingmar am Teich, nur ist der Blog noch nicht ausgestrahlt worden. Und ich kann Ingmar da jetzt nur empfehlen, er soll nicht aufhärten mit Natriumhydrogenkarbonat, sondern er soll als erstes Mal die Karbonatherte seines Ausgangswassers messen. Und dann wird er feststellen, dass wahrscheinlich im Ausgangswasser, ich schätze mal bei denen, ich müsste jetzt wissen, wie viel da gefüttert wird, das steht da jetzt nicht, ich schätze mal, dass er mindestens einen Karbonathertewert von 4 bis 5 hat. Und unsere Empfehlung, Frischwasserwechsel, wenigstens 25% vom Anlagenvolumen. Das hat ja viele Gründe, warum wir so einen hohen Wasserwechsel empfehlen. Zum einen natürlich, dass wir die biologisch nicht mehr oder nur sehr schwer abbaubaren Verschmutzungsparameter im Wasser, wie zum Beispiel Nitrate oder Phosphate oder Fulvosäuren, dass die rausverdünnt werden, aber zum anderen auch, um der Anlage permanent Karbonate nachzuschieben. Die Karbonate werden benötigt, um den pH-Wert zu stabilisieren, dass also verhindert wird, dass es durch das Aufzehren der Karbonatherte, was insbesondere durch die nitrifizierenden Bakterien und durch die biogene Entkalkung der Algen passiert, dass dadurch der pH-Wert in gefährlich tiefe Bereiche fällt. Ein pH-Wert von 6,4 halte ich schon für massiv gefährlich. Wenn ich mir jetzt mal überlege, es passieren nur bestimmte Dinge, man erhöht die Futtermenge und hat gleichzeitig wegen mir, macht mal eine Woche keinen Wasserwechsel, weil irgend so ein Dösbattel einen Wasserschlauch ausgeschalten hat oder es geht eine Luftpumpe kaputt. Wenn eine Luftpumpe kaputt geht, dann wird weniger freies CO2 aus dem Wasser ausgetragen, dass die Fische permanent abatmen. Dann hätte das schon ein Abstürzen des pH-Wertes auf Werte von unter 6 und das kann für die ersten Fische schon tödlich sein. Auf unserer Nord-Tour, auch die Videos werden alle nach Japan dann ausgestrahlt, werden Sie sich wundern, wie viele Teiche wir gefunden haben, wo eben das alles nicht gepasst hat. Also, bevor ich da aufhärten würde, lieber Ingmar, würde ich anfangen, dem Teich erst mal eine ausreichende Menge Frischwasser zukommen zu lassen und wenn die Karbonatherte des Frischwassers entsprechend hoch ist, dann hast du damit dein Problem eliminiert, ist dann das Problem immer noch da, dann musst du über das Aufhärten nachdenken. Ich würde es allerdings dann mit Kalziumkarbonat machen. Das ist Pulver, das ist auch nicht ganz so hochlöslich wie Natriumhydrogenkarbonat, aber der pH-Wert steigt dadurch sachter. Für uns, in unserer Anlage, in Abstadt, das Management, wenn der pH-Wert auf 6,8 fällt in den Becken, dann wissen wir, geben wir eine entsprechende Menge Kalziumkarbonat rein und dann steigt er ganz sachte auf 7,7,2 und dieses Weiße, dieses Milchegebenwasser, das sorgt dann auch dafür, dass im Prinzip alle Verschmutzungsparameter, Verschmutzungsparameter, alle Schmutzpartikel einmal zusammenkleben, runter und von den Beatfiltern rausgeholt werden können. Ich habe jetzt fertig, ich hole mir jetzt noch ein Tütchen Fischfutter und dann machen wir den nächsten Block. Ich hole mir jetzt noch ein Tütchen Fischfutter.